Hallo zusammen und willkommen zu einer nächsten Häkenanleitung. Heute gibt es hier dieses Winzspiel für euch. Das ist ziemlich einfach gemacht, ein bisschen schwieriger als das letzte. Das letzte war ja ohne Muster. Ich habe mich diesmal für vier Farben entschieden und zeige euch jetzt eben noch meine Wolle, meine Häkenadestärke und an dieser Stelle ganz viel Spaß beim Nachmachen. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, warum bin ich so fröhlich, so fröhlich war ich nie. So, dann zeige ich euch einmal die Wolle. Also ich benutze hier 100%ige Baumwolle. Einmal in Weiß. Ich hätte gerne so einen blauen Weiß im Blau Farbverlauf, deswegen weiß, dann so ein etwas helleres. Dann hätte ich hier diesen Ton noch und anschließend was Kräftiges. Das sind jetzt so meine vier Farben. Und ich benutze die passende Häkenadestärke von 2,5 mm. Wo ist es? Da. Ihr könnt natürlich jede andere Wolle nehmen, die ihr so zu Hause habt. Wichtig ist jedoch dabei, dass ihr die passende Häkenadestärke zu eurer Wolle habt. So, dann zeige ich euch jetzt mal, wie ich das Ganze mache. Wir messen erstmal von diesem weißen Garn insgesamt 3 m. Die brauchen wir, damit wir am Ende die Länge haben. Dafür nehme ich aber hier so einen Maßstab und messe jetzt eben 3 m ab. So, wenn wir das dann haben, dann nehmen wir hier die 2 und legen die einfach so beieinander. Denn wir brauchen das andere Ende, sag ich mal. Und dann schaut das so aus. Wir häkeln hier die erste Reihe doppelt. Was ich sagen wollte, wir messen jetzt hier einfach mal... Moment. Ja, ich lasse jetzt mal so 10 cm frei. Das ist gut für später, fürs Aufhängen. So, dann drehe ich diesen Faden so einmal, zweimal um, genau zweimal. Gehe da in diese Lücke und ziehe den Faden einmal durch. So, dann können wir da häkeln. Ich mache es nochmal. So. Also, gehen einfach zweimal hier drumherum. Dann gehe ich hier hinein und hole mir einfach den langen Faden durch. Aber ich nehme mir den Faden. Wickele den zweimal um diesen. Dann gehe ich hier oben rein und hole den Faden raus. So, und jetzt machen wir ganz viele Luftmaschen. Bis der Faden eben so viele wie es geht, ne? Jetzt hätte ich eigentlich eine größere gebraucht, um ehrlich zu sein. Eine 3. Ich mache aber mit der hier weiter. Dann wird es hier ein bisschen eng. Ist aber nicht so schlimm. Also, ich empfehle euch hier jetzt eine halbe bis eine ganze Nummer größer zu nehmen. Und dann aber gleich, wenn du mit einem wieder häkeln, dann die, die die Wolle vorgibt. Also, einfach nur Luftmaschen bis zum Ende. Und dann erzähle ich euch gleich, wie es weitergeht. Und am Ende angekommen, ziehe ich das Ganze ein bisschen raus und ziehe das einfach lang. Hier kann man am Ende schön Perlen dran machen, ne? Damit das auch so ein bisschen Gewicht nach unten macht. Und das ist jetzt so die Länge. Ne? Und wer es noch länger haben möchte, nur so ein Typ nebenbei. Statt 3 Meter nimmt man dann zum Beispiel 4 Meter oder 5 Meter. Umso mehr, umso länger. Es geht dann eigentlich hauptsächlich nur um die Länge. Aber um es zu zeigen und auch so finde ich es sehr schön, 3 Meter. Genau. So. Dann fangen wir hier wieder an, an unseren Anfang, sag ich mal, ne? Ganz oben. Ich, bei mir geht es weiter mit der weißen Farbe. Allerdings, ja, nur mit einem Faden, keine zwei. Das heißt, wir gehen jetzt hier oben hinein. Genau. Also, so schaut das Ganze aus. Es gibt mehrere Optionen. Also, man kann mit der äußere, innere oder eben auch mit dieser hier häkeln. Ich möchte gerne einfach hier mit der seitlichen anfangen. Also, halte das einfach hier hin, ziehe mir den Faden durch und mache eins und zwei Ersatzstäbchen sozusagen. Also, mein Ersatzstäbchen, ein halbes Stäbchen. Das sind zwei Luftmaschen. Nimm den Faden mit, gehe nochmal hier hinein. Den Faden, den lege ich mir einfach daneben, damit ich den mitarbeiten kann. Das sieht dann einfach hübscher aus. So, hole nochmal den Faden und gehe durch allen drei. Also, wir haben hier ein Ersatzstäbchen, was durch zwei Luftmaschen besteht, aus zwei Luftmaschen besteht, so. Und ein halbes Stäbchen. Und das machen wir jetzt überall. Also, Luftmaschen machen wir jetzt keine mehr. Also, wir machen überall zwei Stäbchen. In jede Masche zwei Stäbchen und das bis hier unten hin. Bitte nur die äußere Seite jetzt, nicht die nach innen zu uns, sondern nur die äußere, nicht, dass ihr da dann überspringt. Ja, sieht am Ende hübscher aus. Ne? Das heißt, ich nehme den Faden jetzt mit, gehe hier in die zweite hinein, ohne den Faden. Mache ein halbes Stäbchen. Nehme den Faden wieder mit. Gehe erneut in dieselbe Masche und ziehe den durch alle drei Schlaufen. Faden mitnehmen. Wir gehen in die dritte Masche. Holen den Faden. Von hier oben mit den Faden durch alle drei Schlaufen. Das wiederholen wir in dieselbe Masche. Faden holen. Von hier oben und dann mit dem Faden wieder durch alle drei Schlaufen. Wir machen nichts anderes, außer das, was ich gerade erwähnt habe. Also in jeder Masche zwei halbe Stäbchen. Wir holen den Faden, gehen in die vierte Masche hinein, holen den Faden und von hier oben und von hier oben mit den Faden durch alle drei Schlaufen. Und noch einmal. Jetzt geht auch jeder Faden zu Ende. Den haben wir mit einarbeitet. So, das war der zweite. Jetzt gehen wir in die nächste, in die fünfte Masche und auch hier. Ups, ich habe den Faden nicht mit. Also Faden mitnehmen. Wir gehen in die fünfte hinein, holen den Faden und von hier oben mit den Faden durch alle drei. Das war die Nummer eins. Jetzt kommt die Nummer zwei in die fünfte Masche. Man merkt, das piegt sich schon so ein bisschen. Und das geht dann langsam gleich. Genau, also in jede Masche zwei halbe Stäbchen. Ich mache jetzt gerne auch noch ein bisschen was mit euch zusammen. Nicht bis zum Ende, weil sonst wird das Video echt zu lang und zu langweilig. Ich mache wirklich nichts anderes, außer diese zwei halbe Stäbchen in jede Masche. Genau, sag jetzt einfach nichts und mach einfach ein Stückchen noch weiter. Und dann geht es gleich weiter mit der nächsten neuen Farbe. und dann geht es gleich weiter. Wenn wir hier unten angekommen sind, können wir den Faden einfach durchziehen. Ich lasse da ein bisschen was dran. und dann sieht es hier unten so aus. Jetzt kommt noch drei weitere Farben und am Ende kann man das Ganze zusammenknoten, flechten, wie auch immer. Genau. Man sieht den Muster, das Muster schon mal. Moment. Moment. Finde ich richtig cool. Und jetzt geht es weiter mit der nächsten Farbe. Ich nehme jetzt hier dieses. Ich gehe hier in die erste Masche hinein, komplett. Also jetzt hegt man nicht nur diese äußere oder innere, sondern komplett. Das hat man ja vorhin auch schon. So. Und ich ziehe den Faden hier einmal durch. Das Stück, was hier ist, tun wir gleich mit einarbeiten. So, das darf ein bisschen länger sein. Und wir häkeln hier eins, zwei. Wir machen ein, also ein halbes Stäbchen, eine Luftmasche, ein halbes Stäbchen, eine Luftmasche, ein halbes Stäbchen, eine Luftmasche, immer im Wechsel. Und wie eben schon, diese zwei Luftmaschen ist unser Stäbchen. Das heißt, wir haben jetzt unser halbes Stäbchen und noch eine Luftmasche. Somit sind es drei Luftmaschen und das ist unser Ersatzstäbchen. Jetzt nehmen wir den Faden mit. Hier am Anfang, ich gehe nochmal in dieselbe Masche hinein und mache hier nochmal ein halbes Stäbchen. So. Und nicht zu vergessen, die Luftmasche immer am Ende. Hier habe ich zwei und jetzt mache ich sonst in jede Masche immer nur ein Stäbchen. Also, wir machen keine Verdopplung. Aber die Luftmasche oben nicht vergessen. Nehmen den Faden mit, gehen in die nächste hinein, ziehen den Faden hier unten raus und gehen durch alle drei Schlaufen. Machen eine Luftmasche, nehmen den Faden mit, gehen in die nächste hinein, durch alle drei und nicht die Luftmasche vergessen. Dann schaut das Ganze so aus. Faden mitnehmen, wir gehen hier in die Masche hinein und machen ein halbes Stäbchen. Nachdem wir das haben, hoch, die Faden verloren, nochmal. Machen wir hier oben die Luftmasche, Faden mitnehmen, wir machen wieder ein halbes Stäbchen durch alle drei, eine Luftmasche und Faden mitnehmen und das nächste durch alle drei, eine Luftmasche durchs nächste. So, das machen wir wieder bis zum Ende hin und hier ganz am Ende, da mache ich wieder zwei hinein. Also in jede Masche immer nur eine, aber hier in die letzte, da mache ich wieder zwei, damit das sich nochmal so ein bisschen, ne, genau. Aber das mit dem Farbverlauf, so das gefällt mir richtig gut und gleich nochmal ein etwas kräftiges Blau und am Ende ganz kräftig. Richtig cool. So, dann melde ich mich gleich nochmal. Bin am Ende angekommen. Jetzt nochmal ganz schön stramm Faden durchziehen. Und schaut es jetzt so aus. Wir können natürlich so viele Farben noch dran machen, wie ihr wollt. Man kann das natürlich auch so lassen. Finde ich auch ganz schön, aber ich möchte es breiter haben, denn ich möchte ja auch ein Muster haben. So, ich nehme jetzt hier meine dritte Farbe, ich meine das ist die falsche Richtung, wir fangen hier oben wieder an. Hier. Also, ich gehe hier einfach zwischen die zwei Stäbchen, zehn Faden durch. Hier habe ich den, den ich gleich mit einarbeite. Und wir machen jetzt hier eins, zwei, drei Luftmaschen soll unser Stäbchen ergeben, und zwar ein ganzes Stäbchen. Deswegen habe ich diesmal drei Luftmaschen. Und was wir jetzt machen, wir machen jetzt in dieser eine Masche hier insgesamt drei Stäbchen. Also, das ist unser Ersatzstäbchen. Wir machen noch zwei weitere Stäbchen, also keine halbe, sondern ganz. Wir gehen hier hinein, holen den Faden und gehen von hier oben mit den Faden durch die ersten zwei Schlaufen, holen den Faden durch die letzten zwei Schlaufen, Moment, hier habe ich ihn nicht vernünftig, durch die letzten zwei Schlaufen. Ich zeige es nochmal. Wir nehmen den Faden mit, gehen hier in die erste, faden durch, mit dem Faden durch die ersten zwei, wir holen den Faden durch die letzten zwei, nun haben wir drei. Wenn wir das haben, machen wir eine Luftmasche und überspringen zwei Stäbchen in den Faden mit. Eins, zwei und gehen hier hinein. Also eins, zwei und gehen da hinein und machen da erneut unsere drei Stäbchen. drei, dann nehmen wir mal eine Luftmasche, überspringen zwei, eins, zwei, gehen hier hinein und machen weiter unsere drei ganze Stäbchen in diese eine selbe Lücke. Eine Luftmasche und dann geht es weiter eins, zwei in die, ja zwischen die zweite und die dritte. wieder drei Stäbchen. Und das mache ich jetzt wieder bis zum Ende und jetzt sieht man den Muster auch schon, finde ich richtig hübsch. Bis zum Ende und dann sehen wir uns gleich wieder erneut hier oben. Nun schaut es bei mir jetzt so aus, ach ich finde das so schön. Hier am Ende geht es bei mir nicht ganz auf. Falls bei euch auch nicht, kann man hier, also ich gehe jetzt einfach hier in die Lücke und mache einfach eine feste Masche, ziehe den Fahrnummer durch und lasse dann eben hier was dran. So, das war Farbe Nummer drei. Ich finde es ja so schön, richtig hübsch, also die Farbe, dieses Muster, richtig schön, aber ich möchte gerne doch noch ein bisschen in die Breite gehen und deswegen nehme ich jetzt noch so eine knallige Farbe. Bin echt gespannt, wie das dann ausschaut. Also, von wieder her. So, mit der vierten Farbe wir gehen hier einfach zwischen die ersten wieder nehmen hier den Faden, ziehen den durch und machen eins, zwei, drei, das ist unser Ersatzstäbchen, wir nehmen den Faden mit, gehen hier wieder hinein und machen ein Stäbchen an dem Ganzen den Faden wieder mit hinein, und jetzt machen wir noch eins, also noch ein viertes die ersten die ersten und die letzte wir haben vier unser Ersatzstäbchen plus drei weitere dann machen wir keine Luftmasche, wir machen diesmal gar keine Luftmasche, wir häkeln einfach im Zug wieder die Maschen mit und was wir jetzt machen, wir häkeln immer in diese Lücken hier, dann hier, dann hier, also immer nach drei Stäbchen kommt immer eine Lücke und in diese Lücke hegen wir immer vier Stäbchen hier hinein und das war Nummer vier ich finde die Farbe mega so jetzt kommen die nächsten vier jetzt fahren wir ein bisschen lang hier hinein eins noch so schaut es dann hier aus und die nächsten vier dann hier also jedes dann immer vier und ich melde mich dann gleich nochmal wenn ich unten angekommen bin am Ende angekommen und schaut es so aus das faden einmal durchziehen muss ich erstmal hier alles schön richten jetzt ist es richtig ich mag es sehr 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 gern wow und hier unten ihr könnt das Ganze so lassen ihr könnt es auch flechten könnt es natürlich so machen wie es euch gefällt so das Ergebnis ist fertig gefällt mir richtig gut den Farbverlauf meine Farbe ja hoffe sehr es hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video und dann haben wir uns ja auch noch mal zum nächsten Mal süß ich stehe die me dann ich stehe